Untertitelung des ZDF, 2020 Die Altersresidenz im Grünen entpuppt sich als Albtraum Ich bin's, Knuffi Genießen Sie schlechte Manieren auf großer Leinwand Ihr seid wohl verrückt geworden Machen Sie sich bereit für einen erbarmungslosen Kampf der Geschlechter Freuen Sie sich auf die Reise ins Glück Den neuen Film von Wenzel Sturck Glaub ich binne Alter von der Kacke, Christin Dünnschiss Demnächst in Ihrem Kino Die Altersresidenz im Grünen Die Altersresidenz im Grünen Der Kacke Der Kacke Das war der Kacke Vielen Dank.